Das stimmt natürlich nicht. Wassertemperatur haben wir 11 Grad eben gemessen und Lufttemperatur 21. Mein Name ist Ralf Mohrmann. Ich bin hier bei der DEL AG am Stellersee in Großmannstedt tätig. Anbaden heißt, wir öffnen offiziell die Badesaison. Das heißt der Rettungsdienst der DEL AG ist ab heute dann hier vor Ort an den Wochenenden und bei schönem Wetter natürlich auch in der Woche. Ja, es laufen alle gleichzeitig einmal ins Wasser. Natürlich bei 11 Grad, nur ganz kurz bleiben wir drin. Aber symbolisch ist somit die Badesaison eröffnet. Und hoffen natürlich auf eine unfallfreie Saison. Auf eine schöne Badesaison. Auf geht's! Eins, zwei, drei! 四, uno! Ohhhh! Ohhhh!